Freunde, damit herzlich willkommen zu TheFeedOut, zusammen mit den Etino und den Freezy. Hallo. Tschüss, geht weiter. Scheiße, ich mache keinen Raid. Freut ihr euch? Ja, wie Sau, ey. Nach der letzten Aufnahme freue ich mich total, ey. Ich bin so geil, ey. Ich feiere so hart. Oh, yeah. Den wir durchgehend nur weggebummst worden. Wollten wir nicht Raid machen? Rage, meinst du? Rage. Achso, achso. Ja, nee, aber das Problem ist, wir sind unter 3000 PS, wir können nur ein Easy Defense machen und Easy Defense Spur Anfänger. Ist halt easy. Easy. Ich hatte letztens im Stream mit Randy sogar hier dieses, wo die drei Viertane da kommen. Invasion haben wir geschafft. Habt ihr geschafft? Ja. Aber der würde mich nicht mal interessieren. Und was gab's? Hat sich nicht gelohnt. Ja, das ist mal ansatzweise. Von der XP und so auch nicht? Nee, war halt Kohl vorhalten, das war's. Achso, okay. Und dann auch bloß, wenn du Schaden machst. Dann habe ich mich bestimmt auch mit diesen Rettungskids bestimmt auch sechs, achtmal ins Spiel wieder reingeholt. Das habe ich wohl auch gemacht, ja. Achso, naja, gut, dann ist natürlich klar. Für die Dings brauchst du einfach eine ungefähr so 6.000 PS, 5.000, 6.000 PS Karre. Warum finden wir eigentlich nichts? Weil es behindert ist, das Spiel. Ist so. Weil es wieder kaputt geupdatet haben. Jetzt geht's los. Ich glaube fast, dass du jetzt nicht mehr zuschaust, sondern quasi in diesem Ladebildschirm hängst, bis das Battle vorbei ist. Achso. Früher hast du doch zugeschaut bei dem Battle, bis du in eins reinkommen. Und ich denke einfach, dass du jetzt einfach in diesem Ladebildschirm hängst. Wie gesagt, bis das eben... Das ist ja auch sinnlos, komplett vorzustimmen, wie so ein Vollgan. Ich dachte, ich mach die fertig. Ja, du alleine. Mach die fertig. Aber besser, warum? Weil du Füße-One bist. Deswegen. Lol. Fabin. Ich soll kurz sorgen. Was ich mir doch auch nicht an die Mühe machen. Boah. Tino hat Sandra getötet. Ich hab sie nicht getötet. Sie hat die nicht vertragen. Sie hat sie nicht vertragen. Sie ist geplatzt. Warte mal, hier irgendwo von links. Davon ist was. Oder vorne auch nochmal. Oh, lol. Da hab ich gar nicht hingezielt. Den hab ich getroffen. Oh, da hat's schön. Den hat's schön. Jo, wo schießt du den hin, Alter? Ja, der hat es hier gerade nicht drin. Sorry. Ich hab mal ein bisschen angecatcht. Ich brauch aber hier Hilfe. Fuck. Okay, es ist. Oh, was war's? Fuck you. Den hole ich, den hole ich. Lass den, lass den, lass den. Bäm. Yes, Baby. So gefällt mir das doch schon viel besser hier. Hallo. Oh, shit. Wo hat der denn den hingeschossen? Voll am Nebengeschossen. Halt's Maul. Zieh erst rein. Oh, was? 45 Schaden nur? Ne, das war grad nix. Oh. Ich hab noch einen Schuss. Warte mal. Das wird ein Sniper. Das wird ein Sniper. Oh, so knapp, Alter. Das wär das Ding des Jahres. Ey, vorlieber Sachse, der hat keine Waffe. Ja, komm, ich hab dir vorne noch einen Bohrer, Alter. Bleib mal ruhig, ey. Was laberst du im Splitt voll? Guck dir meine Kills an, meine Assis. Ey, es ist's. Ich hab auch einen Kill. Ich bin der Killer. Komm her, Junge. Links von dir, links von dir. Das ist Lisa. Lisa? Du hast sie fertig, die hat mich zerstört. Nee, nee. Ich fahr hier rein. Hat er dort zu stört? Ich hab schon angekämpft, hab überlebe einfach. Der macht dich alle jetzt. Ach, der kann mal meine Popperze lecken, das war's aber auch schon. Oh, mein Dings war nicht kaputt. Ich hab' ich hab' keine Munition mehr, sonst hätt ich dich schon live-gestört, Frise. Ich fahr' einfach schon rein. Ich fahr' einfach schon rein. Ich war so, so in Ratsch, dass ich gedacht hab, der Manus macht halt jetzt, dass ich da nicht drauf geachtet hab. Wir haben trotzdem gewonnen. Wir haben trotzdem gewonnen. Weil ich das zweites Affekt habe. Victory. Sorry. Noch alles. War's nur 400? So muttert. Oh, ich hab Heifen gekriegt und Waffen. Aber, wie gesagt, bei diesem Spiel geht's immer etwas mit mir durch. Tut mir leid, ist das einfach so. Ich glaube, ich sollte auch Wird of Tanks spielen. War ich auch schon am überlegen. Ich glaub, das ist genau das Richtige für mich. Nee, ist voll scheiße, das Game. Ich hab's mir angeguckt, hab's gespielt, hab nach 10 Minuten wieder rausgekommen. Du bist selber nur zu unfähig. Ach, du bist unfähig. Du musst äh... Uuuuh. 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 Ich fahr ganz rechts. Links keiner, dass ich da durch kann. Links sind zwei. Uuuuh. Wahnsinn. Geh mit hin, du hätt ne Glücksträhne. Tch. Das nennt mal Skill. Das ist ja Frankrott für dich, ne? Uuuuh. Schipp dich mal auf. Hast du mich... Pfff. Trott. Links hier Team oder sitzen, drei? Ja, von uns. Die Blaun sind unsere Frisi. Ach, als Paul, da sitzt die. Ja. Was hat man die da? Also die sind dort, ja stimmt, tatsächlich. Puh, tschi tschi. Wuh, jemand Caption Burns? Jo. Halt ihn auf. Schon ne Bruder. Jupsja. Jups, das tut mir leid. Ouuuh, da kommt ein Steven. Bist du bei uns doch an der Capture Base? Upsa. Du bekommst ja jetzt nicht Besuch. LOL. Der hat mir meine fucking Kanone abgeschossen, Alter. Aber die dicke oben. Gibst du noch meinen kleinen Bohrer? Was ist denn das für ein Scheiß? Mein kleinen Bohrer. Ja komm, Junge. Jetzt biss ich doch mal an. Gut, dann halt nicht. Wir wollen es noch nix. Hier die Waffen noch nicht sind. Fuck you. Scheiße. Jetzt werden wir verlieren. Oh ne, habt ihr schön zerfickt. Komm, holt euch hier, die nächsten. Komm, ihr seid alle. Da, der eine Brennfriede schießt auf den, der ist bereit, dass er weg ist. Schießt auf den. Schönes Ding. Vollidiot. Was? Nicht du. Ey, nein, bleibt hier. Macht einfach def. Bleibt einfach. Okay, die fahren rüber. Ich hab das schon gecheckt mit oben. Ich hab keine Ahnung. Da, da, da sind sie. Da sind sie, wo deine zwei Mates sind. Da sind sie. Da kommt auf jeden Fall was. Die ballern da ganz mit rum. Andere Seite, Füße hinter dir. Den Dings drinne bleiben. Gut. Jo, nice Füße. Ich hab keine Reifen. Nee. Das stimmt, du hast noch noch drei. Jetzt habt ihr ein Problem, ne? Die haben jetzt mehr Punkte. Äh, weniger. Also, äh, ne? Bleibt da einfach. 0. Äh, 30 Millimeter kanöne, die stritt. Problem ist der letzte, der versteckt. Oh. Das ist erstaunt, dass gleich. Oh, nein. Juhu. Das Problem ist, ihr müsst. Oh Gott. Ah, die Adaner ist drüben drin. Das sind wir doch. Und das andere sind die Arme. Ja, aber die hatten mehr Capture. Aber wir gewinnen. Wir gewinnen. Easy, easy, easy. Nice. Hätte ich nicht gedacht, dass man noch gewinnen hat. Ja, nicht mehr. Ich hab auch einen Kill. Du hast nur 1 Kill gemacht, Füße. Ja. Läuber, das sind alles Racks. Boah, ich hab 780 XP bekommen. Ich kriege immer so ein Electronics Teil. Bin drei Reifen gekriegt, ey. Drei Reifen. Ja. Weil die haben gesehen, du bist mit Reifen und du, ihr seid nicht so die Freunde. Ich brauch nur Schienengewehrs. Warum? Weil ich keine mehr habe. Alle kaputt. Ich hab nur noch die eine Waffe, die jetzt da auch mal einen Wagen drauf ist. Ja, aber die reicht ja. Also die ist ja ganz gut. Eigentlich müsstest du... Boah. Eigentlich müsstest du da hochfahren, genau. Ich muss sie... Scheiße, zu viel Leistung, oder? Oh Mann. Wie siehst du die Hearthstone hier, ey? Die Hearthstone. Ist da oben was? Randy? Ja, ja, ja. Oh lol. Da kann man schon mal eine dicke Wumme. Upsa. Das tut mir aber leid. Fuck ey. Ich kann die so tief zielen. Gut, der ist runtergefallen. Hat sich ja wenigstens abschrecken lassen. Da drüben ist einer. Der versteckt sich da, so rechts. Was willst du, ey? Enemy destroyed. Ich geh capturen. Gib mir Schutzleute von da oben. Der hat ne Drohne überserft. Oh je. Der hat ja ne Drohne. Schön. Zwei Stück noch, wir drei leben noch. Ey, Emma, haut. Was ist da los, Randy? Ja, willst du mir schädig den Mann machen, oder was? Sei die Fresse. Oh, sonst gibt's Cockslap, du Bitch. Ja, sonst klatsch er gleich. Na komm. Komm schon, Baby. Wo ist Oleg? Da ist Oleg. Direkt in deine hässliche Fresse, du Opferkind. Und fällt runter. Ja, vielleicht fällt er runter, weil er nix kann. Steht das Ganze hier irgendwie grad nicht? Die sind unter mir. Was sind das für Dummies, Alter? Hä? Was machen die da? Sind das Bots? Keine Ahnung. Vielleicht auf den Rücken und du kannst... Ich bin hier reingepackt. Lol. Und da liegt er. Nee, nee. Und jetzt nicht mehr. Oh, fuck. Yo, haben wir gewonnen, ne? Aber das war schon irgendwie serious. Wieso habe ich ein Dings bekommen? Ich habe... Ein was? Ein leichte Maschinengewehr habe ich bekommen. Hm. So. Pass auf, ey. Hier. Enemy Base. Ich überlege, ob ich... Death bleibe. Hm. Hm. Jo. Da, es fahren alle in eine Richtung. Das ist sauschlau. Das ist richtig schlau. Ich habe nur gesehen, wo sind Marius und Randy. Da geht es eben. Lassen wir hier bleiben. Wenn die über die rechte Seite kommen... Ja, kommen sie natürlich. Ja, die Wände aber wahrscheinlich auch alle kommen. Ja, kommen sie auch. Ich bin aber bei dir. Schön. Habe Bops geschossen. Oh, scheiße. Tino, da kommt noch mehr. Ja, ich weiß, dass da noch mehr kommt. Sind am Arsch. Klasse, man am Arsch. Fuck. Da kommt Oleg übernimmt. Oh, Spaß, die Wichser. Hat mir wieder die scheiß Kette weggeschossen, ey. Ach, hier lecken mich auf alle, ihr Spackos, ey. Das war's. Ach, die Verrückte. Ohne Mist. Es ist so behindert, wenn alle über eine Dings gehen, ey. Bin ich gespannt, ob ihr schneller captured. Macht dann nämlich nicht sinnlos. Das sieht aber schon cool aus, wenn die Raketen da rausgeflogen kommen. Ja, weil ja auch nicht alle in dem Kackkreis drin sind, ey. Von uns wieder, weil die zu dumm sind. Mann. Das ist so eine Kacke, ist das manchmal. Da kommt Isabella. Jetzt, warte, jetzt können wir es schaffen. Nee, das schaffen wir nicht. Ach, lol, ey. Ohne Mist. Das ist so blöd, ey. Vieh. Ja, das war echt ein bisschen mies. 120, ey. Der fällt dir aus der Schlüpfer. Also, wenn ist der Sticker gekriegt? Nee. Sonst irgendwas? Nee, Schrott. Kommisch ins. Krott, okay. Naja, gut. Das ist ein Rausgang, ich bin nicht raus. Nee, ich auch nicht. Gar nicht. Hm. Hä? Bin mir fertig. Aber bei dir ist kein Haken. Das stimmt auch, ich habe jetzt trotzdem nichts gemacht. Egal. Aber wir sind doch, ja, wir sind eigentlich. Gut, meine Freunde, dann würde ich sagen, Däumchen da lassen. Nicht vergessen, bei den anderen vorbeischauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Lü, Lü, Lü. Tschüss. Tschüss.